Herzlich Willkommen im Keller und es geht weiter mit der Zytologie-Vorlesungsreihe. Mir ist warm, weil es ist warm, also bitte nicht wundern. Und dementsprechend ist es jetzt auch schon ein wenig später, aber ich möchte trotzdem jetzt mal noch eine Weile weitermachen, zumal mein Hirn gerade ganz gut ein bisschen am Arbeiten ist. So, wir haben jetzt bisher besprochen, wie das Leben ursprünglich entstanden ist, wie der U-Organismus entstanden ist. Ich möchte ganz kurz wiederholen, der U-Organismus hat sich durch eine Doppellipidmembran, eine Zellmembran von der Umwelt abgeschottet und bei diesem Prozess hat sich im Inneren eine gewisse Konzentration eines Stoffes A, ich glaube das waren die roten Punkte, mit einem Katalysator befunden. Damit wurde der Stoff A im Inneren des Bakteriums schneller in blaue Punkte umgesetzt als außen. Damit gab es innen drin bald wenig rote Punkte und es sind von außen rote Punkte nach innen in unsere U-Organismus hinein diffundiert, während blaue Punkte sich angereichert haben und von innen nach außen hinaus diffundiert sind. Also essen und scheißen quasi, erster Stoffwechsel. Danach hat sich in irgendeiner Form irgendwas gebildet, mit dem unser U-Organismus seine Struktur hat speichern können, irgendeine erste Form von DNA bzw. RNA, was jetzt für den Anfang das gleiche ist und damit hat sich das Ding dann in irgendeiner Form fortgepflanzt. Wissen wir nicht genau, ist auch wurscht. Wichtig ist dieser Diffusionsprozess, den ich jetzt erwähnt habe. Gut, dann haben wir in der zweiten Folge angesprochen die grundsätzlichen Ernährungsformen. Wenn man eine Pflanze, primitive Pflanze ist, kann man Photosynthese und kann aus abiotischen Stoffen, die im Überfluss überall vorhanden waren, biotische Stoffe, Zucker, herstellen. Und diesen Zucker kann man dann quasi selber verzehren und sich selber damit am Leben erhalten und den eigenen Stoffwechsel aufrechterhalten. Wenn man hingegen keine Pflanze ist, dann muss man jemand anders fressen, der biotische Stoffe herstellen kann. Die ersten Tiere werden also die ersten Pflanzen gefressen haben. Es wird sich erst später entwickelt haben, dass es Tiere gibt, die andere Tiere fressen. Weil dafür mussten ja erst genügend Tiere da sein, die die Pflanzen gefressen haben. Während sich die Pflanzen fröhlich immer weiterentwickelt haben, weil sie ja gar nicht darauf angewiesen sind, irgendwen anders sonst zu brauchen zum Wachsen. Also das Tier ist quasi die Folge aus der Pflanze, wenn man so die Entwicklung entlang gehen möchte. Okay, und jetzt können wir uns ein bisschen mit den ersten, bisschen komplexeren, primitiven Organismen auseinandersetzen. Also unser Ur-Ur-Viech, das konnte ja quasi noch fast nichts, das Viech, was wir uns jetzt beschäftigen wird, hier im Hintergrund ist es schon zu sehen, das ist ein Cyanobacterium, also die erste Pflanze, wobei ich der Einfachkeit halber noch ein paar Merkmale von anderen Bakterien zusätzlich reingemalt habe, genau genommen eigentlich eins, damit ich das auch noch mal kurz erklären kann. Gibt es normalerweise bei Cyanobacterien nicht. Wichtig ist hier jetzt nicht sofort merken, was ist da alles drin. Ich habe jetzt außerdem nur die ganz wesentlichen Strukturen reingemalt, es gibt noch ein paar mehr Sachen. Sondern wichtig ist jetzt vor allen Dingen die Prinzipien, die zur Funktionsweise eines so einfachen Zellorganismus notwendig sind, zu begreifen. Nämlich, in diesem Fall ist es so ganz grob das Grundprinzip Photosynthese und ganz grob das Grundprinzip Zellatmung. Nicht erschrecken, machen wir ganz vorsichtig und wirklich nur ganz oberflächlich für den Anfang. Das ist dann doch, glaube ich, relativ gut verständlich, wenn man mir aufmerksam zuhört. Ich versuche auch mit so wenig Chemie wie irgendwie möglich zu arbeiten und Physik wollen wir ja eh alle nicht haben, hoffe ich. Was man jetzt noch dazu sagen muss, Bakterien sind sogenannte Prokarionten. Das sind die einfachen Zellen. Es gibt noch andere Prokarionten, aber alle Bakterien gehören da auf jeden Fall dazu. Die anderen ignorieren wir jetzt einfach mal. Aus unseren Prokarionten, unseren Bakterien, hat sich dann später die eukaryontische Zelle, die eukaryonten entwickelt. Das ist dann die gute Zelle, die moderne Zelle, die bessere Zelle. Wichtig ist in diesem Zusammenhang, alle Prokarionten sind Einzeller. Die bestehen immer nur aus einer Zelle. Fertig. Eukaryonten gibt es auch als Einzeller. Die bestehen nur aus einer Zelle und fertig. Aber im Lauf der Entwicklung der Eukaryonten haben die gelernt, sich zusammenzuschließen und mehr Zeller zu bilden. Bestehen also aus mehreren Zellen. Das war an sich jetzt noch kein großer Wurf, dann war man halt mehrere Zellen. Hat jede Zelle halt trotzdem ihr eigenes Ding gemacht, nur dass sie halt aneinander geklebt haben und theoretischen Stoffaustausch zwischen den einzelnen Zellen hat stattfinden können. Der nächste und quasi der entscheidende große Schritt in der Entwicklung des Lebens war dann, dass die eukaryontischen Zellen, die zusammengeklebt haben, gelernt haben, die eine Zelle kann was anderes machen als die anderen. Dass sie also da eine Arbeitsteilung entwickelt haben. Beispiel, eine ganz, 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 ganz einfache Pflanze, die irgendwo im Wasser, irgendwo fest sitzt, sich irgendwo fest hält. Die hat dann von mir aus fünf Zellen. Vier davon, also von außen nach innen gesehen, vier davon machen einfach nur Photosynthese und erzeugen Energie und sorgen dafür, dass das ganze Ding am Leben bleibt. Die fünfte Zelle hat eine Sonderfunktion, die ist nämlich quasi der Fuß und sorgt dafür, dass unsere erste primitive Pflanze an der Stelle, wo sie sitzt, auch sitzen bleibt. Die hat quasi Saugnapf-Funktion, wenn man das so nennen möchte. Und das ist schon eine erste Spezialisierung. Und dieses Prinzip, dass einzelne Zellen was anderes machen als andere, das findet letztendlich Vollendung in höheren Organismen wie einem Baum, einer höheren Pflanze oder halt auch einem Säugetier, zum Beispiel einem Mensch. Eine Leberzelle macht was anderes wie eine Muskelzelle. Und das ist auch schon das ganze Prinzip im Wesentlichen. Okay, was wir aber jetzt eben machen, ist uns mit dem Aufbau von unseren Prokarionten hier, der einfachsten Form von Zellen, die es aktuell immer noch in dieser Form gibt, die sich im Laufe der Evolution quasi, außer dass sich die Eukarionten entwickelt haben, haben sich die Prokarionten so gut wie gar nicht weiterentwickelt. Die sind so primitiv und dabei aber so effektiv, dass sie uns ja regelmäßig umbringen mit Lungenentzündungen und so weiter und so fort, weil Bakterien kennt man ja jetzt eher als was Schlechtes. Also wenn ich jetzt sage Bakterien, dann gehen bei den meisten Leuten die Warnlichter an. Uh, gefährlich, gefährlich, gefährlich. Kann man aber so jetzt natürlich nicht sagen. Wir haben zum Beispiel auch bei uns im Darm jede Menge Bakterien, die für die Verdauung absolut dringend erforderlich sind. Ohne die könnten wir uns gar nicht vernünftig ernähren. Man merkt es, wenn man Antibiotika frisst, eine Menge, weil man zum Beispiel irgendwelche schädlichen Bakterien im Körper abbekommen hat, dass dann auch gleichzeitig, weil es auch Bakterien sind, auch die Bakterien im eigenen Darm sterben. Und das gibt dann so lustige Dinge wie Durchfall oder sonstige Verdauungsbeschwerden, weil halt eben der Verdauungsapparat, der auf die Bakterien angewiesen ist, dann nicht mehr so gut funktioniert. Aber das war wieder nur ein Exkurs. Und jetzt stehe ich mal auf und dann gucken wir uns unser Bakterium da hinten mal ein bisschen genauer an. So, kurzer Disclaimer. Bakterien haben keine Augen. Das soll einfach nur sympathischer aussehen. Damit klar ist, das ist kein fieses, krankheitserregendes Bakterium. Es ist so ein richtig freundliches, nettes Bakterium. Deswegen heißt es auch Bob. So, und dann, muss ich kurz das Ding da mal einklappen, sonst hau ich mich da da in den Schädel an. Ist Bob eigentlich ein Cyanobakterium mit einer Ausnahme? Bob hat eine Geißel. Dieses Ding hier. Das Schwänzle. Cyanobakterien haben aber keine Geißel. Das heißt, denkt euch die Geißel weg, dann stimmt's. Und die Augen. Ich möchte trotzdem kurz die Funktionsweise einer Geißel erklären. Denn es ist immer die gleiche Funktionsweise, die wir jetzt auch schon kennen. Nämlich eine Geißel wird angetrieben von einer kleinen Art Wassermühle. Das kann man sich wirklich vorstellen wie das Mühlrad einer Wassermühle. An diesem Mühlrad ist die Geißel befestigt. Wenn sich das Mühlrad jetzt dreht, zuckt unsere Geißel wild in der Gegend rum. Ohne irgendwie großartig koordiniert zu sein. Das gibt es auf dieser Stufe der Entwicklung einfach noch nicht, dass das Ding nach einer bestimmten Richtung zucken würde oder sonst wie es zuckt, halt einfach wild durch die Gegend. Ein Bakterium mit einer Geißel wird also in irgendeiner Form irgendwo hin angetrieben. Steuern kann es nicht. Normalerweise. Da mag es vielleicht noch so einzelne super Sonderausgaben geben, die das können, aber normalerweise nicht. Gehen wir jetzt mal davon aus. So. Und unsere Wassermühle wird wie jede normale Wassermühle auch von einem Strom von Wasser angetrieben. Nun ist es hier in diesem Fall nicht Wasser, sondern irgendwelche Stoffpartikel. Zum Beispiel Protonen. Und die müssen, damit sie hier durch unsere Wassermühle fließen können, in einer höheren Form in unserem Bakterium vorhanden sein. Also mehrere davon als draußen. Denn wir haben ja bereits in dem ersten Teil der Reihe gelernt, bei Konzentrationsgefälle von viel zu wenig findet ein Fluss statt. Diffusion. Und diese Diffusion führt eben dazu, dass unsere schwarzen Bobbelchen hier durch unsere Strickmühle fließen, weil hier drin viele davon vorhanden sind und damit wird die Geißel angetrieben. Soweit erst mal merken. Kommen wir nachher noch mal kurz dazu. Jetzt haben wir in unseren Bakterien noch ein paar andere Teile, die ich mal kurz erwähnen möchte. Wir haben hier eine DNA. Die ist jetzt erst mal völlig egal. Wichtig ist bloß, vielleicht für später, komme ich dann auch noch mal zurück. Die liegt hier einfach nur rum. Die ist nicht besonders gut geschützt. Die ist nicht besonders isoliert. Die liegt da einfach da und ist halt da. Und steuert den ganzen Kram. Aber wie das genau funktioniert, nächste Folge. Ist ein bisschen befestigt, am Rande von der Zelle und ist quasi ein großer Ring, der halt so total ineinander geknüllt ist. Deshalb sieht das aus wie so ein Spaghetti-Monster. Jetzt muss ich gerade kurz an die Religion des großen fliegenden Spaghetti-Monsters denken. Vielleicht haben die ja doch recht. Egal. Dann gibt es noch Plasmide. Das sind kleine DNA-Ringe. Die sind deutlich kleiner als der große DNA-Ring der Haupt-DNA. Den nennt man übrigens auch Chromatin. Plasmide sind sozusagen eine der Formen, wie sich Bakterien an ihre Umwelt besser anpassen können. So ein Plasmid hat meistens eine spezielle Eigenschaft. Entweder hat das Bakterium das Plasmid, dann hat es diese Eigenschaft. Oder es hat dieses Plasmid nicht, dann hat es die Eigenschaft nicht. Typisches Beispiel für Dinge, die auf Plasmiden gespeichert sein können, sind Antibiotika-Resistenzen. Wenn man jetzt hier Antibiotika in unser Wasser reinkippt, wo unser Bob drin rumschwimmt und der Bob hat aber das Plasmid mit der Antibiotika-Resistenz, dann lacht sich der Bob tot und es passiert gar nichts. Hätte der Bob das Plasmid mit der Antibiotika-Resistenz nicht, dann wäre der Bob tot. Möglich ist es jetzt, damit sich Bakterien schön fies vermieren können und so weiter und so fort, dass der Bob mit einem anderen Bakterium eine Plasma-Brücke ausbildet. Man kann das Bakterien-Sex nennen, es ist im Prinzip kein Sex, aber es findet eine Verbindung statt zwischen zwei Bakterien und über diese Plasma-Brücke kann ein Plasmid ausgetauscht werden. Warum und nach welchem Muster und wieso das passiert, das weiß wieder kein Mensch, aber es ist in irgendeiner Form möglich. Auch möglich ist nicht natürlich, dass Plasmid kopiert wird und nur eine Kopie des Plasmids zum anderen Bakterium weitergegeben wird. Auch möglich ist, wie ein Bakterium an ein Plasmid kommen kann, wenn jetzt der Bob zum Beispiel platzen würde, wegen was auch immer, und ein anderer Bakterium kommt angeschwommen und findet in den Überresten von Bob das Plasmid, dann frisst es das Plasmid auf und dann hat es das Plasmid entsprechend assimiliert und hat es selber. Das wäre also auch noch so eine Möglichkeit. Aber die ganze Plasmid-Geschichte ist eigentlich nur ein Exkurs. Ich persönlich finde die Dinger sehr spannend. Man kann da auch jede Menge gentherapeutisch mit machen. Bakterien zum Beispiel ein bestimmtes Plasmid einimpfen. Das geht wirklich relativ einfach. Die schießt man dann da rein, ohne dass die Dinger kaputt gehen. Dann haben sie es. Dann haben sie plötzlich eine bestimmte Eigenschaft. Habe ich selber schon gemacht im Biolabor und leuchten beispielsweise im Dunkeln. Also phosphorizieren eigentlich, um genau zu sein. Das ist dann so ein Quallengen, das für dieses Leuchten der Quallen sorgt. Das kann man eben per Plasmid in Bakterien reinhauen und dann legen sie damit los. Beispielsweise. Ist ganz spannend und ganz lustig, aber im Prinzip relativ nutzlos. Es sei denn, man möchte halt irgendwelche bestimmten Medikamente zum Beispiel von Bakterien herstellen lassen. Dann kann man denen ein Plasmid einimpfen, dass sie das entsprechende Bakterienmedikament beispielsweise herstellen. Also nicht nur nutzlos und lustig. Bevor wir zum wichtigen Teil kommen, hier noch kurz dieses Ding. Das ist ein Nahrungsvisitel oder Nahrungsvakuole. Wenn wir jetzt hier kein Cyanobakterium hätten, sondern ein normales, das keine Photosynthese kann, dann müsste es ja essen. Wie jedes Tier auch. Also die beiden Möglichkeiten gibt es. Cyanobakterium, Pflanzenbakterium, Nicht-Cyanobakterium, Tierbakterium, das muss was essen. Und das funktioniert folgendermaßen, wenn jetzt hier draußen zum Beispiel ein Nahrungsbrocken rumschwirrt, zum Beispiel ein Stückchen Zucker und unser Bakterium schwimmt da dann drüber, dann würde sich jetzt hier die Zellwand quasi ausstülpen, um das Nahrungsstückchen herumwachsen, das in sich aufnehmen und diese Wand hier, die baut sich dann ab und damit ist das Ding im Inneren. Also so ist auch dieses Ding hier assimiliert worden. Das nennt man Phagozytose übrigens, aber nicht so wichtig. Jedenfalls, das würde ein Tierbakterium tun, um an seine Nahrungspartikel dran zu kommen und weil die ja quasi dann mit so einer kleinen Blase eingeschlossen werden, sind die Nahrungspartikel dann auch in einer kleinen Blase aus Zellbandmaterial im Inneren des Bakteriums erstmal unterwegs. Später wird die dann abgebaut, die Blase, und die kleinen Nahrungspartikel stehen dann quasi zur Verfügung und können so zerdaut werden. Dieser Prozess ist auch nochmal wichtig, dazu kommen wir dann auch bei der Endosymbionten-Theorie nochmal daraus zu sprechen, diesen Prozess der Phagozytose habe ich dann nochmal ganz ausführlich. Also keine Ahnung, keine Angst und ich nehme auch nichts vorweg. So, jetzt. Das ganze Zeug, das war jetzt ganz nice to know. Oh Gott, Ambizismen. Wichtig ist aber vor allen Dingen dieses grüne Gebilde und dieses rote Gebilde hier. Das grüne sind die Tylakoide, das rote das Mesosom. Tylakoide sind deswegen grün, weil, na wer rät es, was ist grün in der Natur? Ja, Pflanzenblätter. Und warum sind die grün? Ja, weil sie Photosynthese können. Ganz, ganz primitiv ausgedrückt. Und dazu rucke ich mich jetzt mal kurz hin, weil ich bin ja faul. Was wir jetzt also hier haben, ist der Photosynthese-Apparat eines Bakteriums. Und die ganz wesentliche Eigenschaft, die auch, deswegen sehen die auch so ähnlich aus, als dass sie rot sind, die Mesosomen haben, besteht nämlich darin, dass es sich um eine Einstülpung der Zellwand handelt. Die normale äußere Zellwand hat sich quasi nach innen eingestülpt. Ich habe versucht, das die Grafen startzustellen. Ich hoffe, man kann das einigermaßen sehen. Und dieses gesamte Wirrwarr, was hier diese grüne Masse darstellt, besteht aus der äußeren Zellwand. Aber durch die Tatsache, dass sich jetzt die Zellwand eingestülpt hat, hat sich im Inneren dieses großen, mit großer Oberfläche ausgestatteten Komplexes, ein separater Raum gebildet. Wichtig. Wichtig. Separater Raum. Wer rät es, warum ist das wichtig? In einem separaten Raum, der vom Rest des Bakteriums isoliert ist, kann sich ein anderes Konzentrationsgefälle eines Stoffes bilden, als im Rest vom Bakterium. Damit können wir ein Konzentrationsgefälle bekommen. Damit bekommen wir die Fusion. Das heißt, die roten Bobbelchen hier im Inneren werden da gebildet. Und wenn es davon jede Menge gibt, dann fließen die nach außen, weil außen nur ganz wenig sind. So. Das ist jetzt gut. Weil, damit kann was Interessantes passieren. Und dazu müssen wir jetzt erstmal darauf zu sprechen kommen, was die roten Bobbelchen denn eigentlich sind. Denn, wie gesagt, ist unser grünes Teil da der Photosynthese-Apparat, die Thylakoide. Ich suche mal ein ganz kleines Bild raus. Und Photosynthese, ganz einfach formuliert an dieser Stelle, besteht aus zwei Prozessen. Und wir brauchen dafür zwei Zutaten. Also zweimal zwei. Kann man sich ganz gut merken, finde ich. Nämlich brauchen wir Wasser und CO2. Und jetzt ist es so, praktischerweise, lebt unser Bakterium in einer Suppe, die aus Wasser besteht. Wasser ist also überall. Nichts ist hier irgendwie trocken. Alles nass. Wasser. Auch ebenfalls überall vorhanden, weil im Wasser gelöst, CO2. Das ist also quasi Sprudelwasser, sozusagen, wo unser Bakterium hier drin rumschwimmt. Nur mit sehr geringer Sprudelkonzentration. Aber im Prinzip ja. Im Prinzip ist es ein Wasser, ein Bakterium, das im üblichen deutschen Mineralwasser herumschwimmt mit Gas. Und jetzt, das sind also die Zutaten zur Photosynthese. Dann brauchen wir eine Struktur, in der die Photosynthese stattfinden kann. Die haben wir hier mit den Thylakouinen. Nämlich ein separater Innenraum in unserem Bakterium. Das ist wichtig. Kann ich nicht oft genug sagen. Und jetzt haben wir die zwei Prozesse, die da stattfinden. Das ist erstens die Spaltung von Wasser mittels Photonen von der Sonne. Also man kann sozusagen einen Sonnenstrahl sagen, schießt hier rein. Und hier drin ist ja bekanntlich Wasser von unseren Thylakouinen. Und es befindet sich da noch ein bestimmter Komplex. Photosystem. Photosystem nennt man die Dinger. Glaube ich. Ja. Und in diesem Komplex kann ein Wasser, wenn da eins dran sitzt, gespalten werden, weil es halt eben von diesem Sonnenstrahl getroffen wird. Da gibt es eine kleine Explosion. Und da wird enorm energiefrei. Und diese Energie kann genutzt werden, um tatsächlich Wasser in seine elementaren Bestandteile aufzuspalten. Das ist, klingt erstmal nicht so spektakulär, aber wenn wir das technisch machen wollen, das können wir inzwischen, mit großen Maschinen, dann ist das enorm aufwendig, und deswegen gibt es auch keinen wirklich wirtschaftlich brauchbaren Prozess, um Meerwasser zu entsalzen. Beim Meerwasserentsalzen wäre möglich, indem man das Wasser spaltet. Und das braucht enorm viel Energie. Deshalb entsalzt keine Sau Meerwasser. Das lohnt sich einfach wirtschaftlich hinten und vorne nicht. Die Photosynthese kann das umsonst. Die spalten nämlich einfach mal das Wasser auf. Und was haben wir dann? Wasser ist ja bekanntlich H2O. Wir haben dann also zwei Haars da rumfliegen und ein O. Das O ist eigentlich bloß ein Nebenprodukt. Das ist nämlich ganz interessant. Das ist Abfall. Das braucht kein Mensch. Dass bei der Photosynthese also Sauerstoff erzeugt wird, Abfall. War ein interessanter Zufall, dass die Sauerstoffatmosphäre ein Abfallprodukt der Empfindung der Photosynthese ist. Wichtig sind die beiden Wasserstoffer, die da jetzt dabei rauskommen. Denn die liegen quasi nur als Protonen vor. Also ein einzelnes, positiv geladenes Teilchen. So, und das sind die roten Punkte. Wir haben also jetzt diesen Wasserspalte-Prozess im Prinzip nur deswegen, damit sich im Inneren unserer Thylakoid-Membran rote Punkte ansammeln können. Und wir haben das ja schon in dem ersten Teil meiner Zytologie-Reihe gelernt. Wenn irgendwo viele rote Punkte drin sind, und draußen nicht, dann diffundieren die roten Punkte nach draußen. So, praktischerweise weiß das Bakterium das auch. Und deswegen hat es überall, ich habe jetzt hier einmal so einen roten Krängel gemalt, überall auf seiner großen Oberfläche dieser Thylakoiden, deshalb sind die auch so komisch eingefaltet, damit sie eine möglichst große Oberfläche haben und damit möglichst viel Platz für so rote Krängel. Überall sind diese roten Krängel. Und durch diese roten Krängel das sind quasi die Öffnungen, wo jetzt unsere im Übermaß vorhandenen Protonen durchflitzen. Und diese roten Krängel sind jetzt nicht nur Öffnungen, sondern das sind ähnliche Wassermühlen, wie sie auch bei der Geißel funktionieren. Und die dreht sich dann, diese Wassermühle, wenn die Protonen durchflutschen. Und nun wird jetzt in diesem Fall damit keine Geißel angetrieben, sondern es werden die CO2s, die jetzt auch noch vorhanden sind, also die habt ihr hoffentlich nicht vergessen. Wir haben hier Wasser und wir haben CO2, die beiden Zutaten. Dieses Wasser haben wir eben gebraucht. Davon brauchen wir im Prinzip bloß die Protonen, damit sie durch dieses Wasserrad, durch diese Wassermühle durchflutschen. Und die Drehbewegung dieser Wassermühle, da kommen jetzt die CO2s zum Einsatz, weil die CO2s werden aneinander gebaut, durch diese Drehbewegung, ganz einfach ausgedrückt. Also quasi mechanische Energie, die die jetzt zusammensetzt. Und wenn wir sechs CO2s zusammengebaut haben und noch ein bisschen Wasserstoff dran gebaut haben, was haben wir dann? Einen Zucker. C6H12O6 Glucose. Kann man sich also ganz gut vorstellen. Aus sechs CO2 und sechs Wasser wird ein C6H12O6 und nochmal sechs Wasser. Aber die Wasser sind egal. Wasser ist ja überall. Wir haben also jetzt einen Zucker. Und jetzt müssen wir zur letzten Folge nochmal kurz zurückdenken. Unsere Pflanze, das ist ja der Bob, der Bob ist ja quasi eine Pflanze, ist also in der Lage, aus anorganischem Material, Wasser und CO2, plötzlich ein organisches Nahrungsmittel, einen Zucker, zu produzieren. Jede Organismus auf diesem Planeten kann mit einem Zucker was anfangen. Außer vielleicht irgendwelche seltsamen Low-Carb-Diät-Menschen, die irgendein seltsames Trainingsprogramm durchlaufen, deshalb der Meinung sind, keinen Zucker konsumieren zu wollen. Aber im Grundsatz besteht die Ernährung der einfachsten Organismen bis hoch zu uns die Zellernährung aus einem Zuckerkreislauf. Also wenn man es wirklich auf das einfachste Element runterbrechen möchte. Also das mal nur mal kurz für diejenigen, die der Meinung sind, überhaupt keinen Zucker mehr essen zu wollen. Man kann nicht ohne Zucker leben. Der kommt dann woanders her. Wenn man keinen normalen Zucker im Sinne von Saccharose, Haushaltszucker, futtert, dann nimmt der Körper sich den irgendwo anders her. Also es geht nicht. Zellen brauchen immer Zucker. Das nur mal am Rande angemerkt. Wir haben also jetzt hier Zucker gebildet. Der Zucker geht jetzt ins Zytoplasma von unserem Bakterium und wir haben jetzt eine Weile Zucker da oben fliegen. So, was fangen wir jetzt mit diesem Zucker an? Ähm, den zu haben ist ja jetzt erst mal schön. Das Problem ist nur, nur weil wir jetzt Photosynthese können und damit Zucker produzieren können, müssen wir ja trotzdem noch weiterleben. Haben trotzdem einen Stoffwechsel und haben noch diverse Dinge, die einfach Energie verbrauchen, die innerhalb von unserem Bakterium hier ablaufen sollen. Zum Beispiel will sich das Bakterium ja auch mal irgendwann fortpflanzen und dafür muss es sich selbst komplett kopieren. Also alles, was an Material hier drin ist, muss kopiert werden und das wird zusammengebaut aus Zucker. Und das Blöde ist, man kann nicht einfach den Zucker so zusammensetzen, sondern man braucht da wieder Energie, um den Zucker miteinander vernetzen zu können und zusammenbauen zu können. Also das gleiche Problem, was wir schon bei der Entstehung des Zuckers haben. Will man aus dem Zucker jetzt was Weiterführendes bauen, braucht man schon wieder Energie. Immer wenn man was bauen will, braucht man erstens das Material und zweitens Energie. Das ist auch nochmal so ein wichtiges Prinzip. Wann immer irgendein Bioprotein oder irgendwas Biologisches produziert werden soll. Energie und das Baumaterial muss da sein. Deswegen, das Baumaterial haben wir. Wir haben ja Zucker. Was wir noch nicht haben, ist Energie. Und die kriegen wir hier aus dem Mesosom. Wichtig, Mesosomen haben alle Bakterien. Nicht nur Cyanobakterien, sondern sämtliche. Es gibt kein Bakterium ohne Mesosomen. Mesosomen sind wieder ähnlich aufgebaut für die Thylakoide. Es ist auch wieder eine Einstülpung der Zellwand, die eine möglichst hohe Oberfläche aufweist und, wichtig, 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 einen geschlossenen Raum innerhalb des Zytoplasmas unseres Bakteriums bildet. Und in diese Thylakoide wird jetzt ganz einfach formuliert der Zucker geliefert. Und was da jetzt stattfindet, um Energie zu erzeugen, ist quasi wieder der Rückprozess der Photosynthese. Bei der Photosynthese wurde Wasser gespalten, um Zucker aufzubauen. Bei der Atmung wird Zucker abgebaut, um Wasser zu spalten. Und dabei wird das frei, was wir vorher gebraucht haben, um den Zucker aufzubauen, nämlich CO2. Und was wir eben quasi als Abfallprodukt bei der Photosynthese ausgestoßen haben, ihr erinnert euch, Wasser, also Sauerstoff, ne? Die beiden Wasserstoffe, die haben wir gebraucht. Den Sauerstoff, der war ein Abfallprodukt. Interessanterweise brauchen wir jetzt wieder genau diesen Sauerstoff, um unsere Glucose wieder auseinandernehmen zu können, dabei Energie zu erzeugen und Wasser zu spalten. Heißt, es ist ein Kreislaufsystem. Der Sauerstoff, der hier als Abfallprodukt abgegeben wird und nutzlos ist, wird hier auch schon wieder gebraucht, um eben Energie aus unserem Zucker erzeugen zu können. Faszinierend, oder? Also ich finde das toll. Und zwar wird einfach der Zucker zerlegt wieder in seine Einzelbausteine, in seine einzelnen CO2s und jeweils dabei, bei jedem dieser Schritte, wo ein bisschen CO2 abgespalten wird, kann auch wieder Protonen abgespalten werden. Und diese Protonen, wie ganz einfach formuliert, das ist natürlich in Wahrheit noch ein bisschen komplexer, aber diese Protonen sammeln sich dann wieder hier drin an, im Innenraum unserer Membran und damit haben wir dann wieder ein höheres Protonengefälle als draußen. Die Protonen schießen wieder durch solche kleinen Mühlen, habe ich jetzt mal versucht mit diesem kleinen grünen Kreis anzudeuten. Die Mühle dreht sich und diesmal wird dabei aber kein Zucker aufgebaut, sondern Energie erzeugt. Und diese Energie wird gespeichert in Form von jetzt diesen grünen Bobbel. Was das genau ist, Adenosintrifosphat, ATP, da kommen wir noch später dazu, aber jetzt sehen wir das erstmal als grünen Bobbel hin an und dieser grüne Bobbel ist quasi jetzt die Energiewährung der Zelle, die wir jetzt endlich bekommen haben, weil wir unseren Zucker jetzt gerade wieder verfuttert haben. Also sagen wir jetzt mal, wir haben hier in der Photosynthese fünf Zucker produziert und zwei davon haben wir jetzt hier durchgejagt und haben zwei Energiebobbel, drei andere Zucker haben wir noch übrig und die könnten wir jetzt unter Verwendung der Energie zusammenbauen zu drei aneinanderhängenden Zuckern. Also ein Dreifachzucker. Macht keinen großartigen Sinn. Könnten wir aber tun. Und das ist es im Prinzip. Das ist also ein standardisierter, einfacher Stoffwechselvorgang, der in unserem Bob so an einem schönen Sonnentag, wenn der Bob so gemütlich in seiner Kloake rumschwimmt, so ablaufen könnte. Ja, der Bob könnte übrigens auch die Energie benutzen, um überhaupt keinen Zucker zusammenzubauen, sondern um zum Beispiel noch so ein paar schwarze Partikel hier einzusaugen, die er braucht, um seine Geißel anzutreiben. Weil irgendwann hat er ja keine schwarzen Partikel mehr in sich drin und dann muss er neue von außen holen, um seine Geißel wieder anzutreiben. Und das wäre auch nur möglich unter Energieverbrauch. Jawohl. Also in diesem Fall jetzt. Ja, ich glaube, das war es schon. Ganz einfach alles, oder? Ja. Und das nächste Mal widmen wir uns dann der DNA und ich gehe jetzt schlafen. Ich glaube, es ist irgendwie alle zwölf oder sowas. Bis zum nächsten Mal. Lasst euch nicht betüxen. Bis zum nächsten Mal.